Hallo Leute, mein Name ist Cousantos und willkommen zu Keramara Design. Ich weiß, lang ist es her. Nicht. Als kleine Erinnerung, alles was ihr sehen werdet, wurde mit Power Road Studio und von Keramara selbst erschaffen. Und das ist die spezielle Keramara. Ihr nächstes Design ist ein bisschen mehr standardmäßig, sie nennt es leger. Sie hat es in neuen Farben gefärbt und es kommt in drei Teilen. Ein Oberteil, Hose und Schuhe. Das erste Set ist der schwarze Set. Hier seht ihr Sandalen. Dann noch Hotpants und ein Hemd. Genau auf den Hotpants findet ihr zwei Herzen, eins vorne und eins hinten am süßen Hintern. Lied überhaupt nicht im Grabschnein. Als nächstes ist das blaue Set. Stellt euch mal vor, wie eure kleine Schwester kommt, euch die Tür öffnet und dieses Set anhat. Das nächste ist das dunkelblaue Set. Nummer vier ist ein dunkles Rot. Fastfood. Erinnert mich irgendwie an Wendy's. Die Fastfood-Kette. Ich hoffe es ist Fastfood. Die Nummer fünf erscheint in einem Lila. Was ist schade, wenn du nicht auf die Tür öffnet den, sind kleine Schwester. Ja, bis hier auf die Tür öffnet. Das ist gut. Dann hätten wir ein oranges Set. Ich würde jetzt gerne an den Strand gehen, wenn ich einen in der Nähe hätte. Nummer 7 ist pink. Dann hätten wir ein Türkis. Und zu guter Letzt Weiß. Perfekt zum Rüppchen essen. Würde ich keinen empfehlen. Das war's. Ich hoffe es hat euch gefallen. Falls ja, klickt den Like Button und abonniert uns. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr das Video teilt. Auch ein Special Thanks an unsere Supporter am Patreon, die wir offensichtlich nicht haben. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bye! Bis zum nächsten Mal. Bye! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.